So, herzlich willkommen bei SESA Trading. Heute mal ein kurzes Video bezüglich unseren Standventilatoren, die wir jetzt gerade noch auf Lager haben. Es handelt sich hierbei um Neuware von der Firma E-Dream mit drei Stufen aus Edelstahl. Für den Online-Handel als auch Einzelhandel sehr zu empfehlen. Über 500 Stück hier bei uns auf Lager. Und ihr könnt sehr gerne noch einen Besichtigungstermin hier vereinbaren, um euch diese noch mal vor Ort anzuschauen. Davon haben wir eins noch ausgepackt. Ansonsten werden wir hier noch mal nachbestellen von den Ventilatoren, jedoch von einer anderen Marke. Schaltet sehr gerne heute Abend ein für die Bilder und die Sommerzeit. Viel Glück fürs Zuhören.